Zürich ist die grösste Stadt der Schweiz und entsprechend viele Leute bewegen sich in dieser Stadt. Bei 32% von seinen Wegen braucht ein Zürcher das gut ausgebautes ÖV-Netz. Ein Viertel des ganzen Verkehrs machen die Autos aus, 36% laufen gleich zu Fuss und rund 6% fahren hauptsächlich mit dem Velo durch die Stadt. Nur 6%? Schauen wir uns das genauer an. Velos hätten Zürcher ja eigentlich genug. Jedem Haushalt stehen durchschnittlich 1,5 Velos zur Verfügung. Zwei Drittel aller Bewohner hat ein Velo, aber nur ein Drittel fährt damit. Am meisten auf zwei Rädern unterwegs sind übrigens die Männer. Und zwar im Alter von 30 bis 49, dicht gefolgt von den 18 bis 29-Jährigen. Da steht sich die Frage, wieso fahren die Zürcher überhaupt Velo? Ein grosser Teil fährt Velo, weil es gesund ist. Die meisten aber, weil die Strecke so kurz ist. Das macht auch Sinn. Bei Strecken bis zu 5 km kann das Velo mit ÖV und Autos mithalten. Lange Warten und Umstiegenzeiten bleiben einem da erspart. Unter der Woche sind übrigens 60% mehr Velos auf der Strasse als am Wochenend. Die meisten gehen nämlich mit dem Velo arbeiten oder in die Schule. Darum sind am Morgen vom 7 bis 9 und am Abend vom 5 bis 7 die meisten Velofahrer unterwegs. Wo Velos unterwegs sind, gibt es leider auch Unfälle. Verhältnismässig viele Unfälle passieren übrigens in der Nacht, obwohl es dann wenig Verkehr hat. Die Zürcher fahren halt gerne vor dem Ausgang nach Hause. Das lohnt sich übrigens doppelt nicht. Wer betrunken von Unfällen riskiert nicht nur einen Buss, sondern auch einen Führerschein entzogen. Zahlmässig passieren aber die meisten Unfälle an den vielen gefährlichen Stellen in der Innenstadt, wo es viel Verkehr, wenig Platz, Tramscheinen oder keine Velostreifen hat. Kein Wunder gibt der Zürcher die Gefahren auf der Strasse auch als Grund an, wieso, dass er lieber kurze Strecken auch mal mit dem Auto fährt. Ein guter Zeitpunkt also in die Infrastruktur für Velos zu investieren. Sodass dank dem Masterplan Velo Zürich vielleicht schon bald eine regelrechte Velostadt wird. Das ist super. Du hast es wie in der Nähe von Outlast und in der Nähe von Outlast und in der Nähe von Outlast. Im Untertitelung ist das ein Jahr, an die Musik und mein Bestandekäden! Auf Wiedersehen! Aber auch nicht immer noch vom Fitness.